Hi, ich bin der Philipp von Baerpaar und heute möchte ich euch einen neuen Bogen aus dem Hause Botnik Bows vorstellen. Wir haben hier den Eagle Stick. Der Eagle Stick ist was ganz Besonderes und zwar hat er zwei Shelves. Das heißt, ihr könnt ihn Linkshand sowie Rechtshand schießen. Von der Form her ist der Eagle Stick an den Slick Stick Recurve angelehnt. Das heißt, er hat auch Recurve-Wuferarme, hat die gleiche Bogenlänge von 58 Zoll. Ja, und wir schauen einfach mal, wie der fliegt. Und ich würde sagen, wir lassen ein paar Pfeile fliegen. Ja, würde ich sagen, schauen wir uns mal an, welche Hölzer in diesem Bogen verbaut sind. Wir haben hier ein Mittelstück vom Nussbaum. Sehr klassisch angelehnt an die neue Linie von Botnik Bows 2023, ein bisschen Back to the Roots. Wurfarmlaminat ist aus Satin Wood und der Wurfarmkern ist natürlich wieder aus Bambus. An den Tipps haben wir Mikata verbaut. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, die dann gerne mal G10 verwenden. Ja, macht es einfach noch ein bisschen wertiger und die Karte ist einfach noch mal ein bisschen stabiler. Auch hier auf dem Bogen wieder drauf eine Whisper-String in acht Strang für dieses Modell. Und ja, Vorteil ist natürlich, dass der Bogen durch seine Hölzer relativ leicht ist. Das heißt, der liegt schön in der Hand. Wird nicht zu schwer auf dem Parcours. Und ja, der perfekte Bogen. Ja, schöner Bogen. Das war es auch für heute in dem Video. Lasst uns mal wissen in den Kommentaren, wie ihr das neue Modell findet. Und dann würde ich sagen, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!